Herzlich Willkommen bei mir mit Spiele. Hallo. Wir wollten eigentlich Jet Racing Extreme spielen, aber... Ne, ist das Spiel, jetzt habe ich es nicht verstanden. Ne, ich weiß nicht mehr. Achso, okay. Aber wir scheitern schon an diesem Hinweis hier. Weil der Patrick hat nämlich einen VW Golf, der 500 kmh fährt. Ja. In der Innenstadt. Das ist not a night ride on the WW Golf. Ach, ein WW Golf. Ja. Ah, Copyrights, ah, verstehe. Ne, ist aus dem Osten. Aus dem Osten? World War Golf. Achso. Ist das aus asiatischer Golf? Ja. Und jetzt? Ja. Also, ich würde da nicht draufklicken. Ich fühle mich schlecht, aber wir können es echt nicht spielen. Ne, tut uns leid. Ciao. I will, I promise. Oh. Oh. Jet Racing Extreme. Achso, ich habe das vorgelesen, was da steht. Oh, jetzt sieht der Wagen raus aus. Ah. Oh. Oh. Die Musik könnte etwas laut sein. Wollen wir die mal leiser machen, Daniel? Ja. So, wollen wir da mal starten? Äh, ja. Soll ich, ich mache mal nichts hier. Ich habe nämlich keine Ahnung von diesem Spiel. Ich mache einfach mal Raze. Ich glaube, auf Exit startet man das Spiel. Ja. Multiplayer wäre auch witzig, eigentlich. Guck mal, woher weiß das Programm, dass du Single bist? Oh, das weiß ich jedes Spiel. So, was nehmen wir denn? Overpads? Jet Racing Extreme. Wie heißt das Spiel? Ich weiß nicht. Ist auch ein neues Logo, oder? Das war doch... Ich habe das noch nie gespielt. Du? Ne, ich auch nicht. Ich habe noch nie gesehen. Ne, stimmt. Das ist völlig neu, das Spiel. Und jetzt lädt er doch erst. Warum hat er denn gerade gelogen? Ich noch. Was ist das für ein Schnaum? Was? Und los, Patrick, los. Wo ist denn der Booster? Num, Enter. Direct, Shoot, Eject. Ich fahre einfach los, oder? Ja. Patrick, Deal. Wenn du eine Runde schaffst, gebe ich dir 99 Cent. Bar auf die Kralle. Das geht doch eigentlich. Ja? Guck mal. Das ist voll gut. Soll ich mal den Booster machen? Ja. Ja. Das läuft. Wie mit deinem VW Golf, ne? Ja. Das ist auch hier wie die A57. Mega gut. Hätte ich jetzt auf die Srambe fahren müssen, oder? Also ich sehe schon, du hast das doch... Ui, ah, hui. Ui. Das ist wie auf der A57. Hi. Oh, ne, der geht aber noch. Der fährt noch gut. Du kommst jetzt zurück auf die Strecke und dann geht's weiter. Ja, warte. Fährt echt noch gut. Guck mal, hier ist die Abkürzung. Ah, ich glaub, das war... Ich hab meine Abfahrt verpasst. Oh. Ja. Okay. Ja, dann zeig mir mal, wie das spielt. Dann zeig mir mal, wie man das für richtig spielt. Ich hab das nämlich jahrelang... Ich bin quasi Jet Racing Extreme Meister. Ja. Daniel hat nämlich im September den Führerschein gemacht. Ja. In Jet Racing Extreme. Denn wir spielen gerade Jet Racing Extreme. Ich hab das noch nie gespielt. Ich hab nur das normale Jet Racing gespielt. Achso. Und man nicht Extreme fährt. Und das normale Extreme ohne Jet Racing. Das hab ich auch gespielt. Okay. So, jetzt muss man natürlich hier ein bisschen aufpassen. Ja. Da muss man ein bisschen auf die Bremse gehen. Ja. Und dann... Sonst... Sieht schon echt besser aus als bei mir. Ja. Achso. Oh, was? Wie? Warte. Ich würde sagen, wir machen noch eine Strecke im Singleplayer. Ja. Und dann sind wir eigentlich ready für den Multiplayer. Ja. Ist das sehr kompetitiv online und so? Den musst du dann spielen, ne? Ja, okay. Aber ich zeig's dir nochmal. Aber die Musik ist echt nice. Ist gut. Ja. Wie von deiner Mutter. Ja. So. Oh, ist ja jetzt schon alles am... Ich zeig dir jetzt mal, wo ist der Booster? Ähm. Ähm. Na ja. Man muss das quasi so machen. Ja. Und wenn die Kacke am Dampfen ist... Da hinten? Ui. Oh, das hab ich nicht gesehen jetzt. Ich glaub, da war ein Hindernis. Ich wollte mich vorher ejecten eigentlich. Ah. Ist da noch Garantie drauf? Ach komm, da kommst du aber drum. Ja. So eng standen die Hindernis jetzt nicht. Moment, das Problem war, ich kenne die Steuerung nicht mehr. Ja, genau. Geht schon los, ne? Also, ich wollte sagen, du verlierst wichtige Zeit. Ja, ja. Mach ganz ruhig. Moment. Ich muss die Steuerung einfach drauf haben. Hier ist das. Airbreak. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's? Ja. Garantfeier. So, man muss nämlich jetzt... Eieieieiei. Gut, Junge. Boah. Oh. Oh. Dass man auch sofort explodiert. Egal, was man berührt. Naja, okay. Offensichtlich nicht. Ha. Oh, sie ist aber easy. Die Strecke. Ja. Ne, läuft aber echt gut. Ha. Da. Oh. Siehst du? Siehst du? Ja gut, geht aber noch. Es ist ein bisschen... Also, ich fahre doch noch. Ich seh, okay. Ich zeig's dir noch mal. Guck mal, du fährst ja auch nur 200. So. Guck, da kann man langsam die Sachen eingepoppt. Ja. Aha. So. Wie? Das war der Trick. Das war nämlich der Trick. Das habe ich die ganze Zeit gesucht. Okay. So, jetzt läuft das hier nämlich. Zack. Zack. Um mal um. Jetzt aber auch Vollspeed. Ach nee, man... Ah. Ah. Irgendwelche hast du verloren. Und noch eins. Aber geht noch? Ja. Guck mal jetzt da hinten in die Waschanlage. Not bad. Ich bin eher so der vorsichtige Fahrer, was du schon bemerkt hast. Ja. Ich muss nämlich hier jetzt sehr vorsichtig drumherum fahren, so. Ja. Und dann in den Looping. Und dann mit relativ wenig Tempo in den Looping. Vorsichtig nennen. Guck, einen Booster habe ich ja noch. Ja. Und jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. Ah, ja. Aber schön in der Spur geblieben, ne? Schön. Oh. Ah. So. Aber läuft gut, finde ich. Läuft wirklich gut. Noch keine Runde beendet, aber... So. Das spielen sehr viele Leute, Daniel. 16 stand da, glaube ich, gerade. Tatsächlich. Ja. Join, meine ich. Aber ich sehe hier gar nichts. Ne, ich kenne keine Namen. Create Room? Ja, aber... Ja. Max, nur zwei, bitte. Komm, vier dürfen mitmachen. Das läuft. Ich würde direkt erstmal alle rauskicken, damit die wissen, was Sache ist. Ja. Daniel, ich glaube, da kommt gar keiner. Tja, der muss wohl doch weiter Single bleiben. So. Wie ist der Fallschirm? C. Stimmt gar nicht. Doch, ich glaube, du musst ein bestimmtes Tempo haben oder so. Ah. Aber läuft gut bisher. Ja. Also bist du ja fast im Ziel. Ah. 300 braucht man. Wie bei deinem Golf. Ja. Ne, läuft echt gut. Guck mal, play it safe. Pause. Gut, einmal geht noch, einmal geht noch. Have a break. Aber man kommt gar nicht so doll ins Schlingern. Ne, ne? Die Lenkung ist auch wie bei einem echten Auto. Ja. Ich glaube, wir lassen es, oder? Ja, wir lassen es. Spielen wir lieber an unseren Eiern. Ja. Achso, ja, okay. Jet Eier Extreme. Jet Eier Extreme.